Wunderbar, wir produzieren die Nukularnobelisten, der Wahnsinn, Geilomat. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Update 6. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich noch eine Festplatte gefunden, nach ewigem Rumgetingeltangel. Habe ich dann tatsächlich noch eine Festplatte aufgespürt und jetzt haben wir auch endlich wieder den Blueprint für den Turbotreibstoff. Den hatten wir nämlich nicht gehabt oder zumindest im Update 6 jetzt noch nicht gehabt. Da hatte mir nämlich noch die eine Festplatte gefehlt, das haben wir jetzt schrei gefaltet. Und jetzt können wir endlich, das habe ich eigentlich gehofft, dass ich das in der letzten Folge noch mitmachen konnte, aber die Festplattensuche hat sich dann doch als etwas länger herausgestellt, als ich das gerne gehabt hätte. Aber jetzt können wir endlich das machen, worauf wir eigentlich schon die ganze Zeit warten, nämlich die Nukularnobelisten endlich produzieren. Und dafür brauchen wir ja diverse Dinge. Wir brauchen Nobelisken, wir brauchen rauchlosen Puder und KI-Bergrenzer. Stimmt, die KI-Begrenzer müssen wir noch hierher fliegen. Ich packe jetzt einfach mal schon so einen Stack KI-Begrenzer hier rein. Wir müssen dann oben nochmal eine Drohnen-Drohnen-Landezone nochmal bauen für KI-Begrenzer. Warte mal, da muss ich mal, der braucht man ja auch noch für die Uranzellen auch noch, ne? Vielleicht ist es schlauer, die KI-Begrenzer noch mit einem Förderband vielleicht sogar hier rein zu befördern. Da muss ich nochmal schauen. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wo meine KI-Begrenzer eigentlich genau hergestellt werden. Das kommt gerade auch noch dazu und wie viele das eigentlich sind und wie viel Überschuss da eigentlich entsteht. Okay, wir können uns aber locker noch zwei Drohnen-Ports leisten, alles klar. Ich gehe jetzt aber mal ins AKW, denn wir müssen dafür ja noch die tollen Uranzellen herstellen, nicht wahr? Und das müssen wir mal machen. Und eigentlich wäre es besser, wenn wir die tatsächlich oben aufs Dach einfliegen könnten über eine Drohne. Es ist anscheinend doch ein bisschen mehr einzufliegen, als ich das ursprünglich so einkalkuliert habe. Oh, hier kommt man ja gar nicht raus. Moment, hier auf der Seite kommt man raus. Ich muss erst mal mich in meiner eigenen Anlage zurechtfinden wieder. Unglaublich. Hier müssen wir raus, genau. Gehen wir mal hier raus. Und hier drüben geht es dann rüber. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Update 6 mit allen Extras reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein. Die ist immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich selbstverfreilich gerne die Kommentare benutzen, um mir Dinge mitzuteilen, die euch bewegen, was Update 6 angeht oder auch allgemein. Genau. So, da unten ist unser AKW. Und da gehen wir jetzt mal rein. Hoffentlich ist hier Strom auch am Start. Oh, nein, ist gar nicht so... Okay. Ich glaube, wir müssen hier noch die eine Schwefelsäureleitung noch ein bisschen upgraden. Da müssen wir mal schauen. Weil ich glaube, MK1 könnte zu wenig sein tatsächlich. MK1-Rohr. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen auch mal dringend zusehen, dass wir uns noch mal eine Filterherstellung noch mal gönnen. An irgendeiner Stelle in der Anlage hier so ein bisschen. Weil, ähm, also momentan habe ich noch genug Filter, aber die werden natürlich relativ schnell relativ wenig werden irgendwann. So, die Anlagen hier liefen meines Wissens nachher gar nicht, ne? Ist das hier Schwefelsäure? Ich glaube, das war sogar Schwefelsäure. Die liefen hier nicht. Genau, die hatten gar kein Dings. Dann mache ich die jetzt mal weg. Oh, ich sehe gerade, ich habe Uran drin. Warte mal, kriege ich das hier weg irgendwo? Äh, hä 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 hä, warte mal. Hä 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 hä. Nein, meine Filter gehen runter. Warte, ich muss irgendwie eine Kiste aufbauen oder so. Eine Organisation. Das, was ich nicht habe, genau. Nee, warte mal, gab es nicht hier irgendwie so eine, genau, so eine Notfallkiste hier. So eine machen wir jetzt mal. Da muss ich mal jetzt den ganzen Urankram reinstecken, den ich, genau, nicht, dass mir hier die ganze Zeit alles weg zu zilzt. So, jetzt machen wir mal hier drüben die Anlagen mal komplett weg. Sind die auch wirklich alle außer Betrieb? Ja, die ist außer Betrieb. Und die auch. Okay, dann hau die mal weg. Das hatten wir, glaube ich, absichtlich stehen gelassen. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht mehr genau aus welchem. Aber das war mal nachdem die Mixer reingekommen sind. Die Blender. Nachdem das reingekommen ist, hatten wir da die Anlagen verändern müssen. Und dann hatten wir das dann einfach nicht mehr aktualisiert. Genau. So, dann machen wir die Rohre noch weg. Jetzt muss ich doch mal nachgucken, was wir da jetzt... Also, ich brauche jetzt erstmal nur einen weiteren Blender, der mir dann die Uranzellen raushaut. Kommt hier auch neues Uran überhaupt hoch? Hier kommt gar kein Uran lang. Das müssen wir nochmal alles überprüfen gleich. Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Blender hin. Produktion. Mixer, genau. Der Mixer, der Mixer. Warte mal. So. Wie habe ich denn das drüben gemacht? Da geht der Output... Äh... Ja, genau. Nach außen, genau. Warte mal. Dann mach mal die Dinger noch weg. Warte, wir können das mal komplett zumachen. Jetzt da unten ist eh kein Uran gerade. Mach das mal auch weg. Und mach das mal hier. Tingel, tangel. Das mal komplett zu. Achso, Suppen. Genau, Suppen sollst du. Und dann mach mal nochmal den Mixer. Und dann... Ja, wir fädeln das nach außen. Wir fädeln das nach außen zu einem Drohnenport. Genau. Das ist jetzt der Plan. So, zieh das mal ordentlich hier ran. So, jetzt gucken wir mal. Also, wir brauchen für die Zellen. Ummantelte Uranzelle war das, ne? Genau. Wir brauchen den Zement und wir brauchen das Uran und die Schwefelsäure. Und auf der anderen Seite kommt ja dann wieder Schwefelsäure raus. Genau. So, hier haben wir den Zement. Momente. Ich brauche Zement. Können wir das vielleicht... Wo ist jetzt eigentlich das Uran? Das Uran ist... Hä? Hier ist so ein Walkway oben drüber. Das Uran... Ah, da ist das Uran. Okay. Dann warte. Dann mach das so. Warte, wir nehmen das Ding nochmal rüber ein Stück. Wir schließen das mal so an, dass wir das gleich direkt da in die beiden Anschlüsse reingeben können. Muss ich nur gucken, wie und wo. So, oder? Wollen wir von der anderen Seite mal gucken. Ist so schwer zu sehen hier. Wer hat denn da eigentlich so ein Walkway drüber gebaut? Welcher Spezi war denn das schon wieder? Genau, mach das mal so. Und dann geben wir dem Ganzen hier ein Förderband und dann lotsen wir das mal hier rein. So, da haben wir schon mal den Semente und da ist das Uran und das geht da rein. Genau, so. Und jetzt brauchen wir noch die schwefelige Schwefelsäure. So, und die schwefelige Schwefelsäure, die ist da oben drin. Dann gibt sie mir und dann macht sie da unten rein. Können wir da an dem Rohr vorbei? Was ist eigentlich hier für ein Rohr? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mach das jetzt einfach da rein und Strom noch ran. Stromo an die Wand. Und da muss irgendwo eine Wandhalterung schon sein eigentlich. Irgendwo da außen. Hier sind doch Stromos. Hab ich die denn? Ah, hab ich hier hintergelegt, siehste. Wusste ich doch. Sehr gut. So, die müsste jetzt schon laufen, jetzt. Die Anlage. Hatten wir die eigentlich übertaktet? Ja. Okay, 50 pro Minute. Ähm, ich muss noch mal gucken, wie viel brauche ich denn für den für den Blueprint jetzt eigentlich, um den es jetzt geht, für die nuklearen Nobelisten. Dann baue ich mir hier schnell noch mal so ein Ding hin und gucke noch mal nach. Ach, ich brauche für die nuklearen Nobelisten zehn pro Minute. Ja, ist ja lächerlich. Da reicht ja die eine Anlage locker aus. Da müssen wir sie auch nicht übertakten. Wunderbar. Das ist ja absolut wenig hier. Ja, da müssen wir jetzt noch, stimmt, die umwandelte Uranzelle noch einstellen. Sollte ja auch ausgewählt sein. Genau, jetzt müssen wir, guck mal, können wir ja sogar zwei Anlagen mit Nuklearbombenherstellung machen. Okay, jetzt haben wir da zehn Schwefelsäure. Die muss natürlich wieder in den Kreislauf zurückgeleitet werden, nicht wahr? Warte mal, wie macht man das? Das hatten wir hier so gemacht, dass wir die hier von hier wieder zurückführen. Ähm, ne, warte, dann mache ich das folgendermaßen, glaube ich. Das hier hat ja keinen Kontakt gehabt, oder? Hat das schon zu irgendwo Kontakt gehabt? Also da war auf jeden Fall, ging das auf jeden Fall ins Nichts hier in der Wand. Dann warte. Gib mir mal Rohre. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt ist hier, hier ist ein Rohr, das in Nichts endet. Dann mach das mal erst mal hier in den Behälter rein. Damit das erst mal ableiten kann. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist ein Ventil dran, ne, wie ist denn das eingestellt? Das hat volle Leistung. Okay, naja, 300 halt für das Rohr, ne. So, und dann ist hier oben eine Leitung. die so angeschlossen ist, aber auch nirgendwo hinführt. Okay, warte, wir, wir leiten das einfach da wieder mit rein. Es ist jetzt halt die Frage, kommt jetzt von da, warte, deswegen ist da das Ventil, damit es nicht wieder reinläuft. Warte, 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 dann müssen wir das so machen. Damit es nicht von oben da wieder, wieder rein stürzt, sondern nur, weil das Ventil definiert halt die Richtung, in die etwas fließen kann. Von oben kommt ja schon Schwefel aus der Raffinerie, die oben steht, auf dem Berg, auf dem hohen Gebäude. Und, ähm, wenn jetzt da kein Ventil ist, dann würde das ja hier den Behälter von oben füllen. Das darf aber nicht sein, weil der Behälter wird ja mit dem überschüssigen Schwefel gefüllt, der hier rauskommt. Genau. Und so bleibt dann hier erstmal die Anlage hoffentlich auch dauerhaft frei. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, Pumpen haben denselben Effekt. Die haben denselben Effekt, dass sie die Richtung vorgeben. Aber sonst würde es halt von oben einfach da wieder reinfließen und würde dann das Rohr blockieren. Deswegen müssen wir da aufpassen. So, jetzt machen wir, jetzt müssen wir die Uranzellen hochschaffen. Jetzt muss ich kurz mal gucken, mache ich das jetzt mit einer Drohne oder mache ich das mit einem Förderband. Ich meine, die Anlage ist nicht so weit weg. Man könnte es mit einem Förderband machen. Der Nachteil ist aber, dann wird die gesamte Umgebung des Förderbandes, wenn die Uranzellen sich zurückstauen, wird halt verstrahlt. Das ist halt doof. Und lagern in der Fabrik oben würde ich es vielleicht auch nicht so gerne. Außer vielleicht in einem Drohnenport. Das heißt, ja, eigentlich macht es Sinn, das in einem Drohnenport zu machen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Haben wir hier noch ungenutzte Drohnenports? Ich hatte hier nämlich welche aufgebaut hier oben. Kann ich mich erinnern? Ich weiß aber nicht mehr, ob die genutzt werden oder nicht. Die haben hier diese Funksteuerungseinheiten. Genau. Und hier sind noch welche. Was ist das? Funksteuerungseinheiten. Genau. Hier sind gar keine Batterien drin. Aber der braucht, glaube ich, keine, weil hier nur abgeholt wird und nicht hingeliefert. Hier sind die Dinger, Signalisatoren. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die Signalisatoren hier noch abgefragt werden. Bin ich mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Sonst könnte man vielleicht sogar die eine ersetzen. Ansonsten würde ich sagen, hier unten ist ja noch Platz für Drohnenports. Das ist zwar eigentlich so nicht gedacht gewesen, aber ich meine, hey, was ist hier schon jemals so von Anfang an so gedacht gewesen? Guck mal, das passt sogar relativ genau hier hin. Wenn wir hier mal das Geländer mal wegmachen vielleicht. Dann können wir das hier noch mitte zupacken. Dann machen wir hinten einfach die Fassade hier auf. Sodass wir die Eingänge freilegen. Und dann knallen wir das Ding einfach da noch hin. Muss schon noch gucken, dass ich schmittisch mache. Ja, dann brauchen wir da ja eigentlich auch nochmal Batterien, ne? Nee, brauchen wir nicht. Stimmt nicht. Wir fragen das ja von oben ab. Nee, wir müssen nur erst mal die Uranzellen da reinpacken. Mehr müssen wir erst mal nicht machen. Sekunde. Warte mal, ich mach mir mal hier eine Tür, glaube ich. Wie hab ich denn das da innen eigentlich gebaut? Guck mal, da kann ich mir doch locker noch einen Walkway hier rüberziehen, oder? Aber ich kann auch hier drüben rein, oder? Ist hier eine Tür? Ja, da ist eine Tür, okay. Alles gut. Wie man seine alten Anlagen erst mal wieder durchschauen muss. Das haben aber auch einige geschrieben. Sie feiern das eigentlich total, wenn ich mal wieder durch meine alten Anlagen gehe und total konfus bin und erst mal wieder klarkommen muss, wie alles aufgebaut ist und so. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Das macht ja eigentlich auch den Charme aus. Das ist wahr. Das macht meinen Charme ja eigentlich auch aus. Deswegen schäme ich mich auch immer so für alles, was ich mache. So, hier, pass auf. Zieh das mal da hoch. Genau, da sind die Uranzellen schon mal da drin, wo sie rein sollen. Strom brauchen wir noch. Anlage angeschlossen, Uranzellen gehen rein. Wunderbar. So, jetzt mach mal oben noch einen Drohnenport und dann haben wir schon mal die Uranzellen da oben. Immerhin schon mal einen Teil. Also wirklich, manche Anlagen kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich die, wie ich die aufgebaut habe. Da muss ich dann wirklich von einem Gerät, das was herstellt, lang gehen zum nächsten, ob es übertaktet ist oder nicht, welcher Verbrauchswert anliegt, welcher nicht. Was mal viel geiler wäre von Satis Seite aus, das wäre einfach mal so eine Art Übersichtsbildschirm. Vielleicht auch wirklich ein Interaktiver, den du dir in die Welt baust und der dir einfach eine Grundstatistik zu allen Anlagen, die alle Sachen auf der Welt raushauen, anzeigt. Dass du halt mal so die Gesamtmenge siehst pro Minute, die produziert wird. Oder den Anteil der Anlagen, der still steht und der läuft und solche Sachen. Das wäre mal mega geil. Du hast halt einfach in Satis überhaupt keine Statistik in irgendeiner Weise. Du hast nur die Übersichtskarte so grob und ja, das war es dann schon so ziemlich eigentlich mit Übersicht. Du weißt halt sonst nicht, du musst dir alles andere merken halt. Und das wird halt immer schwieriger, je größer halt alles ist. Also je größer deine Anlagen sind und je weitläufiger alles ist und je weiter auseinander. Du musst halt immer gefühlt vor Ort sein, wenn du bestimmte Fragen dir beantworten willst, was deine Fabrik angeht. Und das ist halt ein bisschen schade. Das ist bei anderen Spielen noch ein bisschen besser. Und da finde ich, müssten sie eigentlich noch irgendwie so eine Art Logistik-Update irgendwie machen, dass du noch besser deine Anlagen managen kannst einfach. Das ist wirklich was, was noch fehlt. So, jetzt muss ich mal schauen. Kriege ich das hier so hin, dass die Landeplattform vielleicht so ein bisschen so drüber hängt hier über den... Guck mal, wie steht das jetzt? Naja, vielleicht warte mal. Stückchen weiter noch nach rechts auf jeden Fall. Der Abstand ist schon mal gut. Aber ein Stückchen weiter noch so nach rechts, dass die Ausgänge... Dass der Ausgang da direkt über dem Loch ist. Genau. So, oder? Ich glaube schon. So müsste es eigentlich jetzt gehen. Es ist immer so schwer zu sehen. Ja, jetzt guck mal, dass der blau ist, der Dings. Okay. So. Ich bin nicht dafür, dass wir hier die Uranzellen zwischenlagern. Wenn, dann lassen wir vielleicht einfach nur als Zwischenlager die Puffer hier im... im Drohnenport einfach. Weil je mehr wir von diesen Uranzellen halt an einer Stelle halt einlagern, desto größer wird der Strahlungsradius. Und wir wollen ja eigentlich möglichst wenig Strahlung außerhalb von den atomverarbeitenden Anlagen haben. So, jetzt habe ich die andere wieder nicht umbenannt. Okay. Wie habe ich denn das hier alles genannt? Jetzt muss ich mal gucken. Das war Sprengstoffmodifikation Anfrage. Oh Gott. Powder Anfrage. Und das nenne ich jetzt einfach Uranzellen Anfrage. Ich muss diese... Ich muss mir da auch nochmal eine bessere Nomenklatur überlegen für die Drohnenports. So, dann braucht man noch eine Drohne an der Stelle und wir müssen noch die Batterien auch einfüllen tatsächlich. So, und dann ziehe das da drüber und dann da hin. Jawohl, passt. So, da kommen dann die Batterien rein. Da haben wir das Problem schon mal nicht mehr. Jetzt müssen wir noch Stromo anschließen und noch eine Drohne draufpacken. Und dann haben wir es. Der ist schon voll, oder? Ja, müssen wir upgraden hier. Ach, da immer auch den richtigen Punkt zu erwischen ist auch manchmal ein Krampf. So, jetzt ran und Drohne bauen. Gib mir mal hier noch so ein so ein Ding hier. So. Einen mobilen Miner brauchen wir noch sonst können wir keine Drohne bauen. Schon da wöhnen. Und dann Transport. Genau, Drohne. Jawohl, Drohne am Start. Sehr schön. So, die hat jetzt noch keinen Auftrag. Das müsste ja eigentlich der mit der höchsten Zahl sein. Normalerweise. Ist ja eigentlich der letzte, der platziert wurde, meine ich. Das müsste der 103er sein eigentlich hier. Der müsste es eigentlich sein. Ich probiere es einfach mal. wenn sie jetzt gleich losfliegt. Eigentlich müsste es der 103er sein. Für volle Drohnung. Genau, wir geben uns die volle Drohnung. Bin mal gespannt. Jetzt hebt sie ab. Ja, ja, ja. Sehr schön. Sieht gut aus. Sie fliegt in die Richtung. Ja, ja, ja. Das ist der Richtige. Sehr gut. Perfekt. Dann nenne ich den jetzt noch schnell um. dass er auch einen vernünftigen Namen hat. Das müsste die Drohne eigentlich nicht stören. Das ist jetzt ähm Giga AKW Uran Warte mal, warum schreibe ich das groß? Uranzellen ähm Angebot Ich hab keine Ahnung. Ich nenne das jetzt einfach so. So, warte mal. Vielleicht kann ich mich mit der Drohne gleich mit hochfliegen lassen. Das wäre lustig. Aber dann nehme ich mal mein Jetpack zur Sicherheit. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich noch äh Fuel? Im JR13. Okay, gut. Das müsste reichen. Oh mein Gott, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh 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 Wirf mich nicht ab, bitte. Ich will nur mit nach oben. Ich bin nur ein blinder Passagier. Oh Ah Der hat mich abgeworfen. Warum? Warum machst du das? Ach man Jetzt muss ich ja wieder hochlaufen. Schade 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 Okay Ich habe gerade schon gesehen Ihr habt geschrieben Raft Update ist raus Ich muss diese Aufnahme jetzt aber noch fertig machen In 20 Minuten Mach mal Raft So, dann Wie komme ich jetzt hier? Warte Warum komme ich hier eigentlich nicht mehr zu meinen Transportdingern? Warte mal, ich muss hier hochlaufen Warte mal, ich muss hier hochlaufen Warte mal hier, genau Hier rein und dann da lang Aber jetzt nicht in die Röhre reingehen Wir wollen hoch in die Fabrik So, laufen wir mal durch Laufen wir mal durch Schau mal auf deine Stromversorgung Mach ich gleich Mach ich gleich Jetzt muss ich erst mal hier schauen Dass ich Wieder Hochkomme Und dass wir dann Mal jetzt die Versorgung sicherstellen Ja und dann müssen wir noch irgendwie schauen Wie wir die KI-Begrenzer Hier reinkriegen Das ist doch ganz schön viel Was hier angefragt wird Wie gesagt An Zeug Aber vielleicht müssen wir da auch einfach Unten nochmal ein Drohnenport aufbauen Könnte sein Dass das vielleicht dann die Lösung ist Für das Problem Müssen wir mal Schauen So, warte Wo muss ich hin? Ich muss Hier hin Hier sind wir Genau Okay, die Uranzellen sind schon mal da jetzt Genau So, jetzt müssen wir mal schauen Jetzt müssen wir die ja Erstmal hier noch eine Etage Weiter nach unten kriegen Genauer gesagt Genau Wir müssen das hier genau drunter kriegen Warte mal Dann machen wir hier auf der Seite noch auf Weil hier können wir ja auch noch ein Schacht einsetzen Für Förderbänder Dann machen wir das jetzt hier gleich mal Also Ne, warte halt hier Lochwände Wir brauchen Was müssen wir da jetzt nochmal runterpacken? Den Puder Den Sprengstoff Und die Uranzellen Genau Da brauchen wir drei Löcher Auf der Seite hier Genau So Und dann mach doch einfach mal schon Einen Lift Oder einfach Erstmal Genau Warte Erstmal hier Genau Nochmal Löcher reinmachen Und dann mach mal erst mal drei Lifte nach da unten Die müssen ja alle auf die Ja Auf dieselbe Höhe Nein Flieg hoch Dankeschön Ja Fitsch Es fitscht Wenn es fitscht Ist es richtig Fitschen muss es Fitsch Jawohl Und nochmal Fitsch Genau Da steht doch die richtige Anlage Ja genau Da steht es Okay Ich wollte nur nochmal auf Numero Sichero gehen So Jetzt müssen wir mal schauen Die Uranzellen Die lassen wir jetzt einfach mal Direkt unten reinfädeln Direkt da vorne gleich Oder Ne warte Da gehen wir hier ganz an Rand Erstmal Eigentlich müssen wir den Weg Für die Uranzellen Möglichst kurz halten Idealerweise Dass da möglichst wenig Strecke gemacht wird Aber egal Ich mach es jetzt einfach mal so So dann sind die schon mal jetzt drin Dann brauchen wir noch Den Sprengstoff hier Da machen wir jetzt einfach mal Da ein Förderband Da noch Also nochmal Lift Sprengstoff So und dann hier den Puder noch Genau Wunderbar So Next Aufgabe Erstmal alle Komponenten Einfüllen lassen Alles rein Was hier braucht wird Warte mal Vielleicht stellen wir das nochmal anders auf Ich möchte das nochmal so aufstellen Dass wir vielleicht noch mehr Anlagen dahin kriegen Vielleicht wirklich so seitlich aufbauen Das Ganze Dann können wir nämlich hier auf der Seite Vielleicht auch nochmal eine Reihe hinstellen Ist vielleicht gar nicht so unschlau Wie viel Platz ist jetzt hier drüben noch Genau Dann macht man hier einfach eine Leitung Die zusammen fusioniert wird Warte Warte So Genau Und die fusionieren wir dann genau in die Richtung Dann basch das Dann ziehen wir die Dinger jetzt nämlich einfach in die Mitte Muss auch mal gucken Ist es auch wirklich die drei Komponenten Oder habe ich da jetzt eine zu viel Habe ich da jetzt noch eine zu viel Ne Genau Sprengstoffe Genau Da haben wir schon drei von vier Komponenten Jetzt schiebe ich hier den Stack nochmal rein Dann läuft die Produktion schon mal an Während wir dann uns um die KI-Begrenzer noch kümmern Wie gesagt Bei den KI-Begrenzern muss ich nochmal zusehen Dass ich das vielleicht nochmal Aufkläre Wo die jetzt nochmal genau produziert werden So jetzt machen wir das hier erstmal so Das war eine Reihe Von unten befüllen Ich versuche das mal möglichst Mittig aufzuteilen So mal schauen ob ich das jetzt hinkriege Sodass wir da noch einen Lift davor setzen vielleicht Sodass wir das dann so ein bisschen versetzen einfach Warte mal Einen Dreier hier oben so Und dann am besten noch einen von ganz oben Dann daneben Den nächsten machen wir wieder ein bisschen Auf einer Ebene unten runter So Das ist dann der Nein nicht dahin Das war zu weit vorne Muss auf der Höhe vom Anschluss sein Genau so Und dann das ganze so Jetzt werden einige fragen Was zur Hölle tut er da Ja völlig richtig Denn wir machen das jetzt so So Und so Und so Genau weil dann können wir auf der anderen Seite Nämlich noch Anschlüsse bedienen Jetzt muss ich mal gucken Kriege ich da noch einen Lift hin Dazwischen Jawohl Sehr nice Weil dann kann ich nämlich von hier einen Lift runterziehen Auf der anderen Seite können wir nochmal eine Anlage aufbauen Dann Und die wird dann auch versorgt Mit dem Von demselben Strang halt Ne Das ist so der Punkt So geht von hier jetzt das Band noch nach unten Das wäre jetzt mega Jawohl Sehr gut Hammer Angeschlossen Wunderbar So jetzt müssen wir das natürlich noch auf die entsprechende Höhe bringen Machen wir mal Ganz oben Machen wir mal das was Ja den KI-Begrenzer vielleicht oder Oh ne warte Oben machen wir die Uranzellen Würde ich jetzt sagen Warte mal wie viel ist denn das Äh Okay Eins Zwei So viel oder Müsste das sein Ja bisschen hoch vielleicht Egal Lieber ein bisschen höher als zu tief Genau Warte Mach das mal mit Tisch So genau Nehmen sie es nach oben Und dann da rein Wunderbar So da sind die Uranzellen schon mal auf dem Weg Dann brauchen wir Die Nächsthöhere Ebene Wird man jetzt hier natürlich schon mit einem Stapler machen Das werde ich alles auch noch mal ein bisschen schöner machen Wenn ich dann mehr Zeit habe Jetzt will ich einfach erstmal nur die Anlage ins Laufen kriegen Möglichst schnell So und das lasse ich jetzt einfach unten Genau Und die KI-Begrenzer hauen wir dann an die vorletzte ran An die vorletzte Ebene Das Förderband ist zu lang Schweinerei Jawohl So jetzt brauchen wir noch die KI-Begrenzer Aber die Anlage müsste jetzt eigentlich erstmal schon laufen Wenn ich jetzt den Strom anschließe Müsste das erstmal schon so weit gehen Jetzt nicht ans Licht anschließen Ich weiß nicht ob das Wieder eher negativ ist Genau mach das mal so Und Na komm schon Jawohl So jetzt müsste sie anlaufen Sie läuft auch an Wunderbar Wir produzieren die Nukular-Nobelisten Der Wahnsinn Geilomat So jetzt müssen wir noch dafür sorgen Dass die KI-Begrenzer reinkommen Ich mach jetzt hier aber erstmal das Förderband dran Das war Weil dann können wir das gleich mal hier In einen BA-Helter Schon mal fusionieren Dann können wir das hier schon mal dann abgreifen auch Mach das mal bitte Mach das mal hier so hin Oder Ja Okay da wäre eigentlich der Eingang Egal Ich stell das jetzt hier hin Und dann rein Mit dem Förderband Da wird das erstmal gebunkert Wenn das fertig ist Wie viel KI-Begrenzer braucht der pro Durchlauf Ach nur drei Da haben wir ja ein bisschen Zeit Schon erwöhnen Jetzt müssen wir mal gucken Oben auf dem Dach Haben wir ja keinen Platz mehr Für weitere Drohnenports Da ist ja nicht mehr viel Ich dachte da wäre mehr Platz Tatsächlich Ist der Platz da doch Ziemlich Bär schränkt Ich meine ich hätte die Dinger hier natürlich Noch ein Stück weiter nach vorne setzen können Dann Hätte man da vielleicht noch welche Daneben setzen können Oder hätte das gereicht Warte mal Wenn wir das da hinsetzen Das ist ja immer drei Einheiten breit Eins, zwei, drei Da hätten wir noch drei gebraucht Eins, zwei, drei Ja wenn wir den noch weiter nach da drüben setzen würden Schlecht aufgeteilt Definitiv Ganz schlecht aufgeteilt Ich wollte das eigentlich ursprünglich so bauen Dass man die Drohnenports von unten gar nicht sehen kann Aber dafür ist zu wenig Platz auf dem Dach Na gut wir können ja provisorisch Erstmal einen noch nach unten stellen Oh ich habe keine Erstmal wieder die Behälter suchen Hier die Aluminiumbehälter Die gehen mir immer recht schnell aus Tatsächlich Da muss ich nochmal gucken Naja ich sollte ja meinen Strom angucken Splitter noch anschließen bei den Batterien Oh habe ich das noch nicht gemacht Muss ich gleich nochmal gucken Jetzt bin ich gerade noch woanders Bin gedanklich gerade noch bei den KI-Begrenzern Und beim Strom auch noch Da muss ich nochmal da in das Lager jetzt gucken Überfordert ihn nicht Ja eins nach dem anderen Alles gleichzeitig machen ist schlecht So wie schaut es aus Also Strom sieht gut aus Da ist auch keine Schwankung zu sehen Und jetzt müssen wir mal gucken bei KI-Begrenzern Ich meine wir haben da schon eine Abfrage Oder wir könnten die schon abfragen Hier in dem Lager müssten eigentlich welche sein Schauen wir mal Hier drüben Da guck mal Da ist glaube ich schon angeschlossen Das müsste der hier sein Der Container da direkt vor mir Mann warum ist hier so wenig Strom Was ist das denn hier Das ist Der hier ist es Ah ne das sind die Quarz-Oszillatoren Hier sind die KI-Dinger Da sind sie Da sind sie Haben wir da schon eine Abfrage gemacht Das ist überhaupt schon ein Bär nannt Das ist noch nicht mal angeschlossen Hier okay Das sind hier die Supercomputer Wenn mich nicht alles täuscht Mega Lager Genau das sind die Quarz-Oszillatoren Einlieferung Okay oben war die Einlieferung Stimmt Oben war immer Einlieferung Und unten Rutscht es dann nach unten durch Genau So und das heißt Hier oben wäre dann Okay ist nicht benannt Das heißt das haben wir hier noch nicht gemacht Alles klar Das wäre dann also was Was wir noch machen müssen Definitiv Dann gucke ich mal jetzt nochmal nach unten Da müsste unten die Abfrage Dann entsprechend auch nicht Eingestellt sein Wenn hier überhaupt schon Drohnen-Ports installiert sind Sind hier überhaupt schon welche Da ist gar keiner Siehst du Okay Wie habe ich das gemacht Ich habe immer hier Einen Streifen Foundations Und einen Streifen Mit diesen angewinkelten Mit den umgedrehten Rampen Genau Nein so nicht So genau Und dann den Port Auf die Angewinkelte Rampe Oben draufgestellt Genau So dass das so Warte wie habe ich das denn gemacht Okay Nein Nicht runterfallen jetzt Oben bleiben Achja mir fehlen ja noch die Dinger Moment die sind hier unten Die sind hier unten Die sind da vorne sind sie Alles direkt nebenan Alles hier direkt vor Ort Da kommen sie lang Auch ganz schön wenig hier Da kommt schon wieder nicht genug Aluminiummasse an War Ist schon wieder irgendwas Vollgelaufen wahrscheinlich Hier Krepp mal die Dinger hier Achso mit E Krepp mal die Dinger runter Wunderbar Also jetzt können wir hier Die Verteilung machen Genau da habe ich das immer hier aufgemacht So habe ich das gemacht Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich Aber das Design hier ist auch Ein bisschen überarbeitungsbedürftig Nochmal Ist auch alles vor Update 5 Entstanden glaube ich Das ist alles noch hier Sind alles noch Altlasten So dann schließen wir das mal Wo schließen wir das an Hier schließen wir das mal an Wunderbar Dann müssen wir die Batterien weitergeben Dann machen wir wieder den Trick Förderbandsplitter Bisschen näher ran Ja habe ich schön ran gekuschelt das Ding Dann Förderband rein Das Förderband ist zu steil Was für eine Lüge ist das denn Warum ging das hier drüben Und hier geht es nicht Was ist denn das Okay komisch Verstehe ich jetzt nicht Hat sich wieder irgendwas geändert Wahrscheinlich Im Vergleich zu früher Bei den Abständen Ach Okay Dann halt mit ein bisschen Mehr Platz dazwischen Oder warte mal Ist das hier ein anderes Raster Warte mal Es kann auch sein Das ist jetzt das Nee Irgendwie ist das leicht schräg Das Förderband Ach ja jetzt Keine Ahnung Ich weiß es nicht Ich mache es jetzt einfach so So dann hier den Lift dran Hier den Lift dran Und Förderband rein Genau Schunderwöhn So da haben wir schon mal den Stromo Förder Hier warte Schieb die mal hier rein Dann bin ich die los Genau Und jetzt müssen wir das Ding hier benennen Das sind dann entsprechend KI Begren KI begrenzter KI begrenzer Abfrage Wären die auch so geschrieben Jetzt bin ich bescheuert Haben die Ja genau KI begrenzer Abfrage müsste es eigentlich sein Oder Anfrage Warte Ach nee Auslieferung Habe ich das genannt KI begrenzer Aus Lieferung Sehr schön So jetzt müssen wir die noch anschließen Die schließen wir natürlich dann Ja da brauchen wir nur noch eine Abfrage Dann da drüben vor Ort In der Fabrik Da muss ich wie gesagt mal gucken Wo wir das dann Hinstellen Den Drohnenport Vielleicht stelle ich die Offscreen Oben auch nochmal ein bisschen besser auf Dass die ein bisschen besser gespaced sind noch Aber auf jeden Fall Haben wir die letzte Komponente hier drin Wie gesagt Ich weiß jetzt nicht genau Wo die genau produziert werden Irgendwo hier unten werden die scheinbar produziert Aber Kein Plan Wie gesagt Solange da immer noch welche reinkommen Mag das ja alles gehen Dann ist das ja alles cool Scheint ja immer noch Hoffentlich was zu kommen Wir werden sehen Wenn keine mehr kommen Dann müssen wir halt mal schauen Dass wir wieder welche produzieren lassen Wenn es euch gefallen hat Und ihr jetzt Bock bekommen habt Satisfactory auch zu spielen Ihr könnt euch das gerne holen Im Epic Store Und ihr könnt euch das auch gerne Mit meinem Creator Tag Spielware mit AE kaufen Das wird für euch dann nicht teurer Aber ihr unterstützt mich damit Dann mit einem prozentualen Anteil Am Kaufpreis Den Epic zahlt Den müsst ihr nicht bezahlen Für euch wird es nicht teurer Ihr könnt mich damit unterstützen Ohne irgendwie spenden zu müssen Oder sonst was Einfach nur indem ihr Spiele kauft Und das könnt ihr auch machen Mit anderen Spielen Das müsst ihr nicht unbedingt Mit Satisfactory machen Wenn ihr das schon habt Ihr könnt euch auch andere Spiele Im Epic Store Mit diesem Creator Tag kaufen Das wäre sehr nett Wenn ihr das tun würdet Ich bedanke mich auch Bei allen die das schon gemacht haben Vielen lieben Dank Und wenn euch das Video gefallen hat Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen Ihr könnt auch gerne Die anderen Videos anschauen Die hier an dieser Stelle verlinkt sind Oder meinen Kanal abonnieren Falls ihr es noch nicht getan haben solltet Und dann sehen wir uns wieder In der nächsten Folge Sucht dies Factory Bis dann Ciao Ciao